Tagebuch 1, die erste. So oder so ähnlich könnte dieser Film beginnen. Ich setze mich an meinen Schreibtisch. Vor mir stehen meine vier Tagebücher. Ich nehme jetzt das Aktuelle und lege es hier hin. Dann schlage ich es auf und schreibe hinein. Das ist mein Tagebuch. Das ist meine Hand. Und das ist die Uhr. Es ist jetzt... Dies ist die Uhr. Es ist jetzt ungefähr halb neun. Ungefähr jedenfalls. Und hier sind die kleinen Bilder. So und nach zwei Bildern kommt dann der Titel. So. So, jetzt. Gut. Gut.